Oliver Pocher beneidet Dieter Bohlen eindeutig nicht um seine Partnerin. In einer Talkshow plauderte Olli erst über seine Ehe mit Amira. Also die Amira macht auch schon Ansagen. Das wäre auch wirklich zu langweilig, wenn man jemanden hat, der immer nur sagt, toll, super, wie du das machst. Genau so, glaubt er, gestaltet sich jedoch die Beziehung von Dieter Bohlen und Carina Walz. Das ist ja für Dieter Bohlen die perfekte Rolle.